4, 1, 2, 3, 4 Moin Klaas Guten Morgen, wie immer freuen wir uns Raus, Park Ski, wunderschön Fantastisch Echt? Echt? Oefa Wat ein Traum Echt? 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 Alles klar Komm her, roll ein Gerödel Ich geh mit Da steht noch ein Kandidat Echt? 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 Echt Echt? 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 Ja, Kellen! Körbe, ja? Ja, du guckst, ich muss dich auf. Auf dem Brechhorn. Brechhorn? Brechhorn, auf dem Brechhorn. Brechhorn. So schön. Da ist der Loch, dann sind wir morgen. Ein Traum! Javi! Ich bin begeistert! Das ist doch der Kracher, hm? Juhu! Jens! Ein leichtes Grinsen. Lieber Norbert, dein Kommentar für heute. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wenn ich schon so angesprochen werde, kann ich nicht anders. Kann ich sagen, es war ein super Tag. Ich bin total zufrieden mit dem Werner und mit mir und mit dem Schnee und mit der Sonne und mit allem. Was soll ich sagen? Das ist super! Das ist super! Das ist super! Das ist super! Das heißt, Floch! Gut! Also, Jens, du weißt Bescheid! Das ist super! Das ist super! Das ist super! Das ist super! Alles kraft? Boah! Boah! Geht doch! Das ist ja! Okay! Was sind ja schon mal hier! Ich bin klar! Ich bin klar! Ich bin klar! Werbe Leifeinigung, jetzt ist das mal rein? Ich bin klar! Das ist so! Alles gut? Gib mal dein Statement. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran, mit Ton. Schon wieder. Dann hören 50 Leute beim Hirsch, hören die Sohn und Schweiß. Ohne Story. Doch der Tag war trotzdem gut. Das wollte ich jetzt wissen. Klaus, der Tag war... Heute war es schon ganz gut. Jetzt der Tag war... Dein Tag war auch gut. Der Tag war gut. Daumen hoch. Daumen hoch. Ja.